Bei Dr. Clara Klug sind Menschen mit Diabetes in den besten Händen. Darauf können ihre Patientinnen vertrauen. Der leidenschaftlichen Ärztin liegt die höchstmögliche Behandlungsqualität am Herzen. Als Diabetes-Spezialistin muss sie dafür ihre Expertise kontinuierlich erweitern und die Abläufe und Angebote in ihrer Praxis optimieren. Deshalb hat sich Dr. Klug für die Zertifizierung zum Diabetes-Zentrum DDG entschieden. Die verbesserte Behandlungsqualität, leitliniengerechte Therapie, strukturierte Behandlungsprozesse und das speziell geschulte Praxisteam führen zu hervorragenden Behandlungsergebnissen. Das kommt, nicht verwunderlich, bei ihren Patientinnen hervorragend an. Auch Dr. Klugs Mitarbeitende sind begeistert. Seit der Zertifizierung arbeiten sie in einer Praxis mit hoher Reputation. Die Abläufe haben sie im Team gemeinsam optimiert und den Mitarbeitenden eröffnen sich neue Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierewege. Damit ist Frau Dr. Klug auf lange Sicht eine attraktive Arbeitgeberin. Als zertifizierte Praxis sind sie und ihr Team immer auf dem neuesten Stand. In ihrem KV-Bereich ist das Zertifikat sogar abrechnungsrelevant. Dr. Clara Klugs Praxis ist weitergewachsen. Daher möchte sie jetzt den nächsten Schritt gehen und sich als Diabetes-Exzellenzzentrum DDG zertifizieren lassen. Das Zertifikat steht für höchste Ansprüche an die Versorgung und gibt Dr. Klug die Gewissheit, dass ihre Patientinnen in ihrer gesamten Praxis in den allerbesten Händen sind. Übrigens, als Diabetes-Zentrum DDG und Diabetes-Exzellenzzentrum DDG können sich neben Arztpraxen auch Kliniken und Reha-Einrichtungen zertifizieren lassen. Auch zertifizierte Diabetes-Zentren DDG können Klinik mit Diabetes im Blick werden, um klinikweit Menschen mit Diabetes zu unterstützen. Besondere Zusatzkompetenzen, wie die Behandlung von Schwangeren, Menschen mit diabetischem Fußsyndrom oder Menschen mit psychischen Begleiterkrankungen lassen sich mit speziellen Zertifikaten sichtbar machen. Sorgen Sie für bestmögliche Behandlungsqualität und zeigen Sie Ihren PatientInnen mit Diabetes, dass sie bei Ihnen in den besten Händen sind. Mit den Zertifikaten der Deutschen Diabetesgesellschaft haben Sie den Diabetes im Griff.